Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutscher Lager und herzlich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Ruf und dann Dragonflight. Und hier haben wir das Achievement, wie sind die denn hierher gekommen. Und für dieses müssen wir folgendes machen, sammelt während der Kletter-World-Quests 10 verlorene Vorräte. Und ja, was brauchen wir dazu? Wir brauchen erstmal eine Kletter-World-Quest. Die gibt es in verschiedenen Gebieten, da müssen wir immer die Kletter-Ausrüstung als erstes aufsammeln und dann dementsprechend ein bisschen rumkraxeln. Die bekommen wir, indem wir A, die World-Quest freigeschalten haben, indem ihr einmal Tutti Kompletti die Kampagne gespielt habt und dann zusätzlich bei der Fraktion Drachenschuppen-Expedition auf einen Ruhmrang 6 kommt. Wenn ihr das absolviert habt, dann habt ihr diese World-Quest, die kommen ja zweimal die Woche, einmal am Mittwoch und einmal Samstag gegen Abend. Und es skimmen eigentlich immer zwei, drei Stück ab bei den World-Quests, die quasi an den zwei Zeitpunkten auftauchen. Und jetzt ist es aber wichtig, dass wir noch was zusätzliches skillen. Denn sobald wir diese Kletter-World-Quests freigeschalten haben, können wir hier im Drachenschuppen-Basislager bei einem NPC ein bisschen was skillen. Und zwar haben wir da einen kleinen Skillbomb. Den können wir auch portable mitnehmen mit einem, ja, so einem kleinen Rucksack. Und was wir brauchen ist quasi einmal das hier, äh, ne, das, oder, schauen wir mal, genau, Jeps Monocle. Passiv, ihr könnt an den Kletterpfaden entlang verlorene Vorräte finden, die ihr für zusätzliche Ressourcen einsammeln könnt. Also das müsst ihr skillen, dafür müsst ihr die anderen Sachen davor skillen und das kostet halt einen Haufen von den Vorräten der Dracheninseln. Heißt, wenn ihr das jetzt schief und machen wollt, dann solltet ihr so ein bisschen gucken, okay, wie sieht es mit den Vorräten aus, habe ich da genug, um dementsprechend das kaufen zu können. So, wir gucken uns jetzt mal an, wie die Dinger aussehen. Und zwar, ähm, können wir uns jetzt hier einmal ein bisschen hochhackeln. Und mal gucken, ob wir welche finden. Hier bei diesem, ähm, Kletterpfaden müssen wir ja einfach irgendwelche Ressourcen aufsammeln. Das sind nicht die Schätze, die können wir zusätzlich mitnehmen. Wenn ihr sicherstellen wollt, okay, ich will alle Schätze finden, dann solltet ihr die vielleicht am Anfang jetzt nicht unbedingt sofort alle mitnehmen. Nicht, dass ihr die Worldquest abschließt, bevor ihr den Schatz gefunden habt und, ja, das wollen wir natürlich nicht, weil dann könnt ihr tatsächlich nicht mehr hoch. Ich mache jetzt ein paar mit. Ähm, im Normalfall gibt es pro Kletterwand einen Schatz. Ich habe aber auch schon bei manch anderen tatsächlich zwei gefunden. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die hier irgendwo ausspähen können. Können wir da hinten rüber? Da haben wir noch so ein Teil. Okay, das ist es schon mal nicht. Gehen wir jetzt mal hier runter. Man kann nämlich auch tatsächlich auf verschiedenen Seiten hoch. Warte mal, wir können jetzt hier zum Beispiel runter. Und einmal auf die andere Seite hier bei der Kletterwand laufen. So. Oder auch nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, doch, da kommen wir hoch, oder? Jawollo. Und jetzt seht ihr, hier drüben ist auch noch ein Teil von der Kletterwand. Äh, und dann können wir mal gucken, ob wir hier irgendwo den Schatz sehen. Ah, ich bin ein Vollidiot. Ihr seht, da unten ist der Schatz. Verlorene Vorräte heißt das Ding. Und das können wir dann einmal anklicken. Und ja, bei mir ist es jetzt das zehnte. Dementsprechend habe ich das Achievement fertig. Ihr könnt dann auch noch mal ein bisschen bei der Kletterwand komplett rumgucken. Lauft mal alle Pfade ab, ob ihr irgendwo noch was seht. Aber wie gesagt, in fast allen Kletterwanden hatte ich bis jetzt immer nur einen Schatz gefunden. Eine einzige, ähm, da waren es tatsächlich zwei. Und das war, meine ich, irgendwo hier unten in der Küste. Irgendwo hier in der Mitte war das, glaube ich. Da waren es tatsächlich mal zwei auf einer relativ kleinen Kletterwand. Ähm, ja. Das Achievement kann ein paar Wochen dauern, denn ihr müsst insgesamt zehn Stück finden. Und da immer nur pro Woche zweimal quasi die World Quest kommen. Und wie gesagt, zwei, maximal drei von den Kletterwänden sind ab meistens zwei. Habt ihr vier die Woche, dann könnt ihr schon zwei, drei Wochen warten, bis ihr dementsprechend alle habt. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement Guide Video. Zu den anderen Achievements von den Kletterwänden hatte ich auch schon Videos gemacht. Da könnt ihr gerne reinschalten. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.